Bei der Gründung eines Startups stellt sich die Frage, welche Rechtsform und Unternehmensstruktur die beste Wahl sind. Dabei kommt es nicht nur auf das verfügbare Eigenkapital oder die gewünschte Haftung an. Aus steuerlichen Gründen kann zum Beispiel die Gründung mit Holdingstruktur attraktiv sein. Doch was ist bei dieser Unternehmensstruktur zu beachten und wo liegen die Vorteile? Hallo, mein Name ist Anastasia Suslova und über die Gründung eines Startups mit Holdingstruktur spreche ich heute mit Thomas Nülle. Er ist Experte für allgemeines Steuerrecht. Thomas, wie funktioniert eigentlich eine Gründung mit Holdingstruktur? Die Gründung hat notariell zu erfolgen. Man macht das Ganze in einem Termin, aber der teilt sich dann in zwei Teilbereiche auf. Als erstes wird die Holdinggesellschaft gegründet in Form einer GmbH oder UG, also als Kapitalgesellschaft. Und nach der Beurkundung wird dann aus dieser neu gegründeten Gesellschaft gleich die Startup-Gesellschaft gegründet, ebenfalls Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH oder UG und dann hat man das Ganze gleich in einem Termin erledigt. Und welche Vorteile bietet die Holdingstruktur den Gründern eines Startups? Es gibt im Wesentlichen nur zwei große Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn die Startup-Gesellschaft Überschüsse erwirtschaftet, können diese mittels Gewinnausschüttung in die Holdinggesellschaft ausgeschüttet werden. Das Ganze funktioniert ohne Kapitalertragssteuerabzug. Sofern die Holdinggesellschaft vorher eine Freistellungsbescheinigung bei ihrem zuständigen Finanzamt erwirkt hat, ist aber in der Regel unkritisch bei Beteiligungsgesellschaften. Und dann kommen sozusagen 100 Prozent der Ausschüttung in der Holdinggesellschaft an zum Reinvestieren. Der zweite große Vorteil ist, wenn man dann einen Investor gefunden hat, der sich zum Teil oder auch vollständig an der Beteiligung beteiligt, dass diese Veräußerung dann ebenfalls nahezu steuerfrei funktioniert. Das heißt, der Veräußerungspreis landet ebenfalls zum Reinvestieren vollständig in der Holdinggesellschaft. Und diese Holdinggesellschaften werden unheimlich günstig besteuert. Das heißt, es entsteht auf Ebene der Holdinggesellschaft ca. 0,75 Prozent Körperschaftsteuerbelastung und durch die erweiterte Gewerbesteuerkürzung keine Gewerbesteuerbelastung. Und kann man auch nachträglich ein Startup in einer Holdingstruktur eingliedern? Grundsätzlich ist das möglich. Es ist allerdings relativ beratungsintensiv, entsprechend auch mit höheren Kosten verbunden. Es wird auch hier eine Holdinggesellschaft als Kapitalgesellschaft gegründet und dann über einen sogenannten qualifizierten Anteilstausch wird die Startup-Gesellschaft unter die Holdinggesellschaft gehängt. Großer Nachteil ist, dass die steuerfreie Veräußerung von der Beteiligung erst nach sieben Jahren funktioniert, dass es dort eine siebenjährige Sperrfrist gibt. Diese Sperrfrist mindert sich aber jedes Jahr um ein Siebtel. Und Nachteil ist natürlich, dass kein Investor sieben Jahre warten möchte, bis er sich an der Startup-Gesellschaft beteiligen kann. Vielen Dank, Thomas, für den spannenden Austausch. Wenn ihr euch weitere Informationen zu aktuellen Themen wünscht, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen.